also ich bin so ein honk manchmal was ich bin so ein honk manchmal schmecken auf öffner mitrücken hast du nicht aufgenommen doch 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 aber ich habe eben halt gerade die pause gemacht noch mal schon angeguckt du klingst am anfang ziemlich scheiße aber das hebt sich dann auch wieder ab ja ich klinge immer scheiße nee dass das hat das damit zu tun dass dem man am anfang koko geleckt hat ist deswegen ich leck hier nicht rum oder du bist wieder einen weg auf eine auf dem weg in der verkanter sein ja jetzt bin ich immer man merkt ich bin schon drin ist ja alles gut so jetzt noch mal gucken wegen einer genau da man immer mal klammer die iron chest jana putz so seit konfiguration input dark red okay wie sieht sich dass ich jetzt die items nicht hast du bei der mann an output reingestellt ne ich versuche ja hier jetzt von der eisenkiste in den in den chamber zu leiten aber funktioniert irgendwie gar nicht was 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 habe ich mit was machst du das mit den endio conduits oder ich mache das mit einer küste ich glaube ich glaube das funktioniert nicht conduit ne ich versuche das mal im conduit heisst nicht direkt conduit ja und dann item conduit ne der ist nämlich anders von meckanism heißen anders ach so von meckanism ja wir brauchen die ja von meckanism die pfeife lucky schieb hallo jetzt funktioniert mein t wieder ist auch komischerweise mein kraft ja es genieße gefurzt genießt das hört sich ja gerade an ich hab's ich hab versucht leise zu niesen weil ich will ja nie die ganzen leute verschrecken das ist kabel das ist pipe fluids das ist türk das ist für gas items und blocks ernsthaft die dinge transporter sind die transporter ja das kann sein machen sie es war aus stahl und basic control blablabla davon haben wir noch sogar noch welche und aus es gibt mir auf den geist gerade dass das td funktioniert ich versuche auch die ganze zeit mit 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 ins inventar zu kommen ne inventors ich weiß aber ich bin noch so ein bisschen abgeschädigt ich habe einen zuschauer ach so 19 ich sehe es ja nicht weil ich gerade zum streichen stimmig stimmig wieder anspreisen das ist und dafür ist jetzt ein dritter monitor zum beispiel ganz praktisch also die wundern wenn du jetzt doch hin dazu kriegst das bin dann bloß ich vor allem bloß ich schnell wie das klingt sowieso nur der zuschauer liste mal gucken kann gerade war ich wieder fast level 30 jetzt bin ich wieder level 19 delta pvp delta pvp 5 servus ich war gerade woanders stehen geblieben hier stunde zwängt sie bei mir wieder ein leicht zu lecken ich bin schon im netten nee das liegt eben mal daran dass ich wieder in den stream von jahren geschmissen habe ach so na ja ich bin durch neugierig was du machst das jetzt kann ich nichts mehr verheimlichen also tontechnisch ja da brauchst du dich bloß mit den bildtechnischen spüren ja dann muss ich erst den stream kurz beenden fliegst du gerade wieder raus aus dem herz ja da ist der wochen selbst spüß oder so noch nie hier ist eine okay ein paar fäckchen quatsberry sieht was in quatsberry quatsberry sieht sich nehmen wir mal mit quatsberry keine ahnung quatsberry seeds ja es sind hier in dieser komischen truhe ach so stimmt ich muss ja das ganze scheiß ding konfigurieren oder haben wir denn ein konfigurator wir haben nix wie sagen wir nicht so ein konfigurator was ist denn das statt den hattest du damals mal gebaut gehabt und für gerät weiß ich gar nicht von meckern ist und damit man auch die tipps da bisschen konfigurieren kann konfigurieren so weit war ich doch noch gar nicht was machst du mechanism gemacht und ich habe nix in mechanism gemacht bis jetzt und kostet mechanism gemacht gar nichts habe ich das alles habe ich das alles selbst gemacht das hast du alles selber geschafft ich bin stolz auf dich du schaffst sonst nie was an all die klappe jetzt bin ich das im überlegen wie ich die scheiße jetzt aufladen kann nein 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 scheiße ich bin gefangen komm her du dreck sau ja dich mein dich ich hoffe ich bin gleich fertig mit quats mit quatzen geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg was bist du flugs creeper die sand was und besagt ihr für welche ghost seeds ach du heil okay dann habe ich die menschen dimensionsbrot ja von gary's netter gary's netter okay dann habe ich jetzt dann wieder skeletten alles war bei gett potato also jetzt bei mir jetzt offiziell lecken mache ich den streamer wieder aus weil es ist bei mir sonst echt also also wir können jetzt quasi ein witter skelett spawn das ist ja das einfangen und dann in einem monster spawner wieder ausfangen oh gott war das schnell voll das ding ach so wir haben wir haben jetzt auch eine größere größere energie speicher ja ich habe mir die normalen kapasite banks gebaut und nie die basics ja das ist schön das finde ich sehr schön finde ich das ja ein pult ist rausziehen pult ist rausziehen ja wie kann ich denn von dem scheiß jetzt das nervt grad maximal konfiguration kontrols meccan ist ja bitte auch muss wird schnode und weiß weiß wir kann es im weiß in der hilfe brauchst sagt bescheid ich komme auch nicht nach der heilige scheiße das ist ja immer wo es sagt man mein chef sagt dass man ganz gerne naja wenn ihr irgendwelche probleme oder sorgen habt ruf mich nicht an normal das ist gerade wieder ein bisschen ein bisschen komplizierter für mich ist wie lange ich nicht mehr mit mechanismen gearbeitet habe ich schon immer normal dann ein creeper mit dem creeper kopf vor allem naja ich gucke ich gucke mir gerade bei dem konfigur states nach ne du kannst da konfiguriert fluids gas energy heat äh könnt konfiguriert state empty dann gibt es rotate brand branch das muss geht bestimmt nicht ich bin ja schon level 30 die klappe und er weiß wie lange das erste mit mechanismen gearbeitet habe jetzt geht ab nach hause ab nach hause wieso könnt ihr wieso könnt ihr connectet das jetzt nicht mehr mit der chest wieso connectet das jetzt nicht mehr mit der chest wollen ich mich jetzt verarschen keine ahnung ich weiß es nicht ich weiß warum weißt du was das schöne ist wenn du deine deine webcam dein handy als webcam nutzt du hast erstens eine mega geile qualität ja dass das das läuft ne das drehen mich scheiße hauptsache das bild von der webcam ist geil ja hauptsache hauptsache man sieht nicht was ich glaube ich wird kurz schlecht und du hast halt ein autofokus drin du hast eine automatische helligkeit drin der anpasst du kannst im firefox zum oder im browser halt einstellen also ranzoomen weg so helligkeit einstellen belichtung et cetera toll da mein handy eine mega geile kamera hat kann das echt einiges das ist noch die andere webcam zuschalten aber das sieht scheiße aus hä wieso läuft denn das jetzt gerade nicht das ist gerade bisserl stehe ich gerade auf dem schlauch ja ich stehe auf dem schlauch ne weil da weil da die items weil die items nie raus kommt deswegen das schmeißen wir mal alles da rein scheißegal muss ich mir glaube ich meine aufnahme passen durchgucken zeitkonfiguration das system ist voll ne sind noch vier festplatten rand leer nein also an anderen sorten an item sorten kann ich nichts mehr rein machen trotzdem die 4k sind komplett leer bestimmt aber ich kann nichts mehr reinlegen ins system was wirst du reinlegen quatsberry seeds zum beispiel oder ein skeleton egg dann gib mal her vielleicht lagts gerade bei dir hat kohle ich weiß es nicht ne ich habe es ja probiert also rausnehmen geht und wieder reinlegen von dem was schon drin war auch ja da krieg ich glaube ich weiß worum es geht worum es geht warum weil das ist im system irgendwie nicht kennt oder irgend sowas war es ach so ja ja hatte ich auch schon mal gehabt dass das irgendwelche items nicht reingelagert aber kannst du mir bei dem probleme gerade helfen oder ja warte mal was haben wir denn hier du hast hier das was ja der konfigurator ist eigentlich auch nicht eingestellt der input ist der tag ist was machst du extra jetzt ist jetzt neun dass nix rein geht jetzt hast du input unten ist pushen oben ist pull jetzt hast du das gemacht ich kann sein nein wenn du jetzt auf das ding klickt auf transport configuration ich hatte eigentlich hatte eigentlich dass das das und drin gehabt und dann hier so jetzt läuft es jetzt nicht mehr okay eigentlich wurde es nicht jetzt läuft es jetzt kann seinen ganzen kappels von eisen hier einschmeißen bin das gerade überlegen ob ich eben halt die 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 anderen transportpipes mache die schnelleren die schnelleren obwohl ich eigentlich auch so was bist du denn du zinn nein ferris machen wir nicht das ist jetzt leider zum beispiel nehmen wir nach weil vielleicht voll ist ne sind das 25 strenner achso ne weil da von vorn ne oh gott ich bin verwirrt na jetzt kletter nach ja weil ich 10 raus geholt habe achso 10 macht er nicht ja doch aber irgendwie hat das hat es jetzt irgendwie nicht hingehauen genau jetzt lädt er wieder nach da will es bestimmt aus mir machen da will es bestimmt aus mir machen Vielen Dank.